so herzlich willkommen zu einem neuen video mit dem let's play profi hier ist der borsa apparat wegen kennt und ich hoffe es nimmt diesmal auf weil heute mittag habe ich 30 minuten aufnahme gemacht wie ich hier hochgelevelt habt ihr seht auf 36 hatte nichts aufgenommen gehabt hat mich minimal angepisst und ich hoffe dass es jetzt aufnimmt beziehungsweise ja es gab hier irgendwie leichte probleme dass das schild jetzt einfach aufgenommen wird und jo leider vielleicht habt ihr es gesehen hier 17 ich bräuchte ein bdf für ja kampf auf ich schaue nur kurz im markt sonst gehe ich wieder ans level echt so ärgerlich das muss ich zugeben es pisst mich auch ein bisschen anwalt könnte echt schon könnte ganz easy könnte ich den meister haben aber ist man wieder nicht ganz easy ich habe heute mittag 1 für zweieinhalb millionen gesehen aber ich dachte mir so ey komm das blätter ich jetzt nicht für den scheiß aus das haue ich jetzt nicht raus jetzt schon noch ein bisschen was auf meinen verkaufsaccount aber hallo 200 mio glas 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 ist eines der begehrtesten aber trotzdem das bin ich nicht bereit dafür zu zahlen also bei allem hat recht dass er nämlich bis es ein bisschen immer noch an dass die aufnahme heute mittag ja nicht geklappt hat und jetzt kann ich mir noch mal neues mache ich noch mal eine neue aufnahme dass es zumindest ein eine aufnahme klappt er ist jetzt alt eine million eine milion hätte ich gezahlt aber nicht zweieinhalb sehe ich überhaupt nicht ein von vorne bis hinten nicht ja das sind ja alles die sachen die die keiner braucht 3 millionen alter es sei das heftige drei manche verkaufen die für ein paar hunderttausend für manche hauen die hat echt für krass viel raus alter ist denn jetzt los das leckt ist ja total alter sehr gut das heißt ich muss weiterleihen schade war's kann man nichts dran ändern wir auch nicht mehr gut wenn es jetzt auch es gibt schlimmer sagen wir mal so ich muss mal noch die neuen ja starke körper ist ja doch eigentlich erster meister in der regel also in aller regel klar kann jetzt gerne kommen ich habe auch durchschlag auf ersten meister aber man spricht ja von aller regel ich sollte mal sie im lager lassen die suche immer noch eine 34 plus 9 ja vielleicht am besten mit 1 bis 1,5 k mehr könnte ich mir eh nicht leisten von daher spielt es dann auch keine rolle klar eine rolle wird schon spielen aber ich kann es mir nicht leisten oder ich habe kurz auf einen verkaufs account ob ich da nicht noch zufälligerweise was machen könnte dass sich mein pferd wieder blieb es wäre nämlich etwas ganz nice ist aber ich kann immer die ganzen scheiß rüstungen verkaufen was hat hier einen potenziellen wert die helme vielleicht naja das fb nicht wirklich nochmal ein kack fb der eventuell oster kann ich nicht gebrauchen die helme kommen sowieso weg so als nimmt mein ding wenigstens auf ich check das ist nicht unbedingt noch mal gegen darauf habe ich keinen bock dass es mir zum nächsten mal noch eine aufnahme vermasselt Tonspur habe ich vor auch auf ihr seht die bravo Aries meine schuhe ich habe sie gefunden die sind echt nice, die haben 2 KTP, 10 Dolch, 15 Schwert, 10 Glocken, 4 Fächer ich finde die richtig nice der Rest wird hier erstmal vertauscht, äh verkauft, weil ich es ehrlich nicht einsehe die sind auch 60K, ne, ich kann euch kurz mal meinen Shop zeigen, das sind die Schuhe hier, die habe ich irgendwie vergessen zu verkaufen, keine Ahnung wieso Ah, er ist auf 48, scheiße meine Ansage kaufe ein BDV Kampffausch vielleicht kommt ja da irgendwie eine Rückmeldung erwarte ich jetzt nicht, aber man sollte ja nie, nie sagen für die Schuhe möchte ich schon 200 Mille, wäre nice wäre richtig episch oder eine 40DS ist VMS am besten ich habe jetzt 24, die ist auch ganz nice aber ich kann halt nur das anfangen, was auch jetzt in meinem Level passt, klar mir bringt es jetzt nichts, wenn mir jetzt einer, klar, wenn es extrem Mehrwert hat, dann natürlich, aber mir bringen jetzt ein Schlachtschwert plus 8 würde mir jetzt auch nichts bringen, ja angenommen, angenommen zu deiner Zahlen lass mich wieder belegen mal kurz gucken in meinem Lager-Account habe ich glaube ich noch sowas ich müsste aber kurz nachschauen das weiß ich nicht auswendig ich habe mir ex heute Mittag richtig die Mühe gegeben richtig laut zu reden und richtig zu brüllen fast, ja 90 nein ist ja nichts mehr wert, ey alter, alter das ist ja absoluter Witz ist ja gut, ist ja gut alles ist mit denen ich mal eingeloggt ist es aus dem staufen mega armseilig wenn die sich jetzt auf eine 35 stürzen würden es ist auch schon zu vorgerückter stunde also die sollen jetzt einfach auf dem ist drauf da gibt es kein parlor war da geht es alles wie sie schnell bis jetzt hat sich auf dem verkaufsverkauf noch keine gemälde besser die er werben möchte naja jetzt sehen wir dann gleich so kommen jetzt schnell die sache rüber wir haben es schon wieder lädt das geht ja gar nicht nein normaler also ich bin leicht piste ich bin leicht piste naja dann lade ich mal zumindest die ganze scheiße aus hohe du hast mich jetzt killen bravo Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Crab, Crab. Crab. Es wimmelt voller Crab-Zeug. Jetzt ziehen wir mal ein paar Sachen rüber. Dann haben wir heute mal eine Art der etwas anderen Art. Der nicht unbedingt so alltäglich ist, aber... Ah, die hier noch. Die hier. Die hier. Die hier, die hier auch. Dann schließen wir kurz mein Shop-Account wieder. Und... Im Vergleich zum letzten Video vorangekommen. 30% circa. Ja... Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich hab mich selbst darüber aufgeregt. Also... Von daher... Haut rein! Und... bleibt cool! Und ich sag mal an der Stelle... Bis morgen, bis zum nächsten Part. Und... Tschüss. Tschüss mit dir. Tschüss. 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 Tschüss.